jetzt muss ich aber gucken was macht das katana wie viel damage viel schaden viel schaden und schnell schlagen okay aber ich bleibe erstmal bei der 9mm hab genug gelitten oh nö ich glaube ich guck mir jetzt erstmal das katana an guck mal hier liegt sogar eine batterie für dich hab ein paar alte fischerdörfer und ganz viele leichen gefunden jetzt ins all fliegen ich hoffe es noch mehr geld noch mehr batterien ich habe ganz viele batterien gefunden ja ich finde auch gerade ganz viel batterien und glühbirnen und noch mehr geld und uhren und uhren kann ich keine mitnehmen gib mir mal hier den wo ist er ich bin jetzt aus schick sie gut aus hier geht es weiter runter da geht es weiter rüber läuft wieder fernseh das ist calvin das ist calvins bruder ah ne der andere ne das ist das ist timmy das ist der sony aus der cutscene gerade eben ich hab den ich hab mich freigelassen tschüss schönen tag noch meldst dich wenn du da bist wo auch immer du hin willst ach das ist eine aha ja gut da steht live dran das ist natürlich schwer zu verstehen da war gerade mal wieder ich glaube mein zwilling hat sich die drei gehirnzellen die wir uns teilen gerade relativ groß einverleibt das ist das sind nur steine du so interessant ja gut steine haben wir genug vor der haustür liegen so hier geht es nicht durch doch hast du zwilling sehe ich nicht ich so ich hab gerade genau das gegenteil bewiesen ich hab gerade das bewiesen dass das so ist ich habe ähm an einer an einem fernseher wo offensichtlich dran steht dass das live ist habe ich nicht verstanden dass das live ist ah essen eine goldene maske ne go pro joo die nehmt die mit ne da ist sogar ein film drauf oh seestern ok komische sekte ja die habe ich ja schon gefunden teilweise ich wollte mir jetzt nicht deren kult angucken es gibt aber nur diesen einen äh ok das reicht mir ich möchte dann wieder mein katana haben danke äh eine goldene maske oh joo eine goldene maske ui ah wenn man die anzieht sieht man exakt gar nichts mehr ne die kannst du wenn du die eingeborenen hast kannst du die aufsetzen dann machen die dir nichts weißt dann denken die das ist einer von denen oh gott ja das hatte ich das hatte ich schon gut ah da liegt sie ok aber die kannst du wirklich nur so aufziehen dass du basically nichts mehr siehst das ist schon schwierig ach ich hasse euch fledermäuse ne mhm ja dann such wenn du die hirnzellen verloren hast und die brauchen wir noch ja ne du hast die ja natürlich also ich hole mir mein essen immer neben den leichten ab das macht dir das nicht so tschüss wo Cruz Freiheit Verzieh dich, Ola Heli, verzieh dich. Ich habe übrigens eine clevere Idee, wie wir möglichst schnell nach Hause kommen. Und da wären wir dann unseren Astronautenrollen gerecht. Wir gucken, dass wir ein bisschen da vorne auf einen höheren Felsen draufklettern. Und dann fliegen wir mit den Gleitern zurück. Ich glaube, hier geht es ziemlich weit runter. Das Ding ist, die Höhe brauchen wir nur, um so ein paar Meter runter zu fliegen. Hier so, oder? Oder da drüben an der Klippe? Warte mal, wie tief geht es hier runter? Oh ja, das können sogar schon reichen. Dadurch, dass wir fliegen, dann so ein Stück gleich runter. Und bauen dann dadurch Schwung auf. Nee, du musst... Ja, jetzt geh ich... Du musst... Tschüss, Gleiter. Nee, 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 den kannst du ja wieder einsammeln, genau. Du musst jetzt hier quasi vorne diese Kante... ...must du runter sprinten. Du hast den Gleiter wieder verloren. Du musst einmal G drücken wahrscheinlich, weil du nicht unbedingt durch die Bäume so durchkommst. Ja, jetzt ist er nämlich weggepackt. Und jetzt kannst du ihn hier oben wieder ausrüsten. Ähm, genau. Du musst hier einfach von der Klippe runter sprinten. Ganz am Ende versuchen zu springen. Und dann nichts mehr drücken. Dann geht er automatisch auf. Ach so, wie bei dir. Ja, wenn man weit genug springt, dann geht das auch. Oh, und du musst... Nee, nee, nicht S drücken die ganze Zeit. Du musst ein Stück einfach jetzt nach unten, damit du Schwung aufbaust. Und dann fliegen wir einfach an der Küste lang. Du hast unten so dieser grüne Punkt im Gleiter, ne? Ja. Das ist ein... ...Ding, damit kannst du gucken, in welcher Orientierung du bist. Wie eine Wasserwaage quasi. So. Jetzt müssen wir nur gucken. Ich hab meinen Kurs gefunden. Ich flieg, glaube ich, ganz okay schnell. Einfach an der Küste lang. Und du kannst M drücken. Ja, ich hab auch gerade sagen. Oh, guck mal, da vorne ist an der Küste sogar noch ein VIP. Wollen wir da noch vorbeigucken? Nee, würde ich beim nächsten Mal machen. Oder vernehmen wir unsere Höhe. Ja, okay. Das ist relativ spät schon. Vernehmen auch unsere Höhe, tatsächlich. Jetzt einfach Richtung Heimat und dann speichern. Jupp. Wenn du so ein bisschen Schwung aufgebaut hast, dann kannst du auch wieder ein Stück hochfliegen. Du bist weiter unter mir. Also, ich bin eigentlich ziemlich weit oben. Ja, ja. Ich seh's. Aber im Flug, glaube ich, hat der Gleiter so ziemlich keine Kollision. Du kannst dir auch einfach zwischen den Bäumen her fliegen, was passiert nix. Das hab ich gerade eben schon im Tiefflug das öftere Mal gemacht. Ah, das Fliegen ist schon sehr praktisch, wenn man weiß, wie's geht, ja? Ja. Das macht doch Spaß. Ja. Dann kommt man auf jeden Fall relativ gut über die Dings. Dann ist unser Turm ja eigentlich doch ganz gut. Ja, das ist richtig. Na, obwohl das Ding ist, wir sind relativ tief, tatsächlich, Zunge. Ja, gut. Also, an sich ist der Turm ne gute Idee deswegen tatsächlich, aber wir sind halt relativ tief. Das ist so ein bisschen problematischer drin. Ich spenne von jetzt. Komm ich da oben noch wieder auf die Klippe drauf, um noch mehr Schwung zu gewinnen. Wenn das, guck mal, da ist noch, da ist jetzt gerade noch mal. Das ist ein Golfplatz. Tatsache. Das erklärt die Golfbälle. Ja. Aber es ist gut, ich weiß nicht, hier gibt es nichts außer eingeborene Mutanten. Das erste, was man hier baut, ist ein Golfplatz. Ey, da ist ein Heli. Da ist ein Heli mit laufenden Rotorblättern, der steht da. Ähm. Der haut ab. Halt ihn auf. Bastard. Du ekliger Bastard. Ich, ich, ich halte ihn auf, warte. Ja. Tu es. Mal gucken, stehst du? Schaffst du überhaupt da hin? Oh, oh, oh. Äh. Fast. Mal gucken, was gibt es denn hier so tolles? Oh, Leichen. Das ist bestimmt eine gute Idee, mit meinem Gleiter in Heli zu fliegen. Ja. Aber halt Experimente, ne? Wissenschaftliche Experimente sind das. Irgendwelches Story relevantes. Aber der kreist um dich, ne? Bisschen 9 Millimeter. Die aller schiebenden leichten Hass auf Haften. Hier ist noch so ein Filmchen. Ist mir egal. Ich weiß nicht, wie ich lande. Einfach auf dem Boden. Nicht unbedingt im Sturzflug, aber einfach so ein bisschen... Das ist gefühlt, ich flieg. Nein, guck mal, hier sind Sachen. Überkomm! Nein, gefühlt überkomm. Ah, guck mal, hier wedelt noch einer miteinander Dingens. Was ist denn hier wieder abgegangen? Was hast du für uns, Meister? Keine Ahnung. Aber der hat nichts, außer so einen GPS-Locator und ein bisschen Munition. Bastard. Okay, hier haben wir wieder Solarplatten. Ja, genau. Ich hab auch ein paar eingesammelt. Tausende von den Dinger, die ich nicht mehr tragen kann. Kissen. Ja, alles nicht mit schlafen. Okay, der Spartaner ist ganz cool. Ich hab noch mal ne Kamera gefunden. Ja, die hab ich gerade eben schon gefunden. Ab mit W. Gar nicht geilo. Zwilling. Ihhh. Nach oben. Ein Fleischmann. Ja. Das kann sehr gut sein. Davon hatte ich gerade eben auch schon einen Counter. Aber ich empfehle das Katana. Das schnetzelt hier dann den Fleischmann relativ schnell klein. Ich glaube, das ist freistähig. Oh, Katana geht ab, krass. Ja, ja. Viel mehr Höhe als das sehe ich gerade nicht, von daher. Oh Gott, wie viele hier rumlaufen. Hört auf. Haja? Jeder fühlt sich selbst oder so, ne? Das ist ein Fleischmensch. Mann, ich will doch eigentlich nur speichern. Ja, jetzt kommt der Vogel. Ey, ich hasse den Typen, ne? Das sagt mir nicht das Blöde. Ah. Waffe, du stirbst nicht. Wo bist denn du schon wieder? Ich bin, ne, ich bin 100 Meter, 200 Meter weiter, versuche hier gerade die Klippe so ein Stück hochzuklettern. Ja, ich hätte es uns gesagt, lass irgendwie so einen Notunterschlupf bauen und speichern. Ja, das wird auch gehen, aber so weit sind wir auch, glaube ich, gar nicht mehr bis zu Hause. Doch. Na. Ja, okay, ich sehe schon, du kletterst schon wieder irgendwo hin. Ja, gut. Dann müssen wir gucken, dass wir jetzt da schnellstmöglich hinkommen. Oh, fuck. Hm. War sehr gut, Pfeil. Das hat ja gut funktioniert. Ja, so ein Problem hatte ich gerade irgendwie auch. Ich bin so hoch, aber dann auch nicht wirklich. Ja, komm, glitsch dich hoch. Ja. So, was sehen würde. Uff. Ach, scheiß auf den Gleiter, ey. Der kann jetzt da bleiben, wo er ist. Mir ist gerade egal. Als ob ich da jetzt wieder hochklettern, den hole. Ich will nach Hause. Ich liege. Ach Gott, jetzt geht das wieder los. Ich will doch nur nach Hause. Ich will doch nur speichern. Spiel, ey. Leck mich am Arsch, ich lauf. Ich bin frustriert für heute. Kein Bock mehr. Aber Heimat ist halt auch gefühlt 1000 Kilometer entfernt. Irgendwas, eigentlich ist die Idee mit dem Gleiter halt gar nicht schlecht. Der Meiner ist jetzt weg. Ich habe keinen mehr. Ah, das ist natürlich schade. Speichern wäre nicht schlecht. Das Schöne ist, du kannst ja sogar nach Hause und speichern und verlassen. Ich kann ja dann immer noch selbst nach Hause. Ja, wenn ich das Spiel verlasse, bist du dann auch raus, weil ich der Host bin? Ne, ich glaube nicht, oder? Ich glaube mir schon. Ne, das macht kein Spiel so. So, ich bin nicht runter. Hoch, bitte. In die Richtung hier, bitte. Danke. So. Da ist ein Gleiter. Versuch auch gerade zu einem zu kommen, aber... Also ich bin zwar eine Bergziege, aber irgendwie dann doch auch wieder nicht. So, einmal Gleiter. Ein HP. Ich habe es. Ich habe es. Oh, Gott sei Dank. Jetzt ab nach Hause sehe ich. Was halt wirklich am Arschteppel ist. Ich habe diese Klippe so hoch. Also das ist eigentlich ganz schön, wenn ich oben bin, aber ich komme halt nicht hoch. Und übrigens regeneriert man sehr wohl HP bis zu einem gewissen Wert. So, ich bin... Ich bin... Ich bin ... Ich bin... Ich bin... Leiterkeit. 1000 Jahre dauert bis ich zuhause Wieso kommt da hinten so komischer Lichtschein runter? Was ist das? Äh, ich weiß es nicht Ist das ein Grafikbäder? Ich würde dir übrigens empfehlen so ein bisschen nach unten zu fliegen Krips die Sonne, ja So ein paar Meter und dann Einfach wieder geradeaus Wagenrecht zu fliegen Ich bin wieder gestorben Auf dem Einrad kann ich nicht fahren, Bubi, das ist zuhause Das ist nicht bei mir Jetzt wird es dunkel Mhm Sehr dunkel Das heißt ich sehe jetzt nicht wo ich hinfliege Na du hast ja das Navi Jaja, aber ich sehe nicht wann die Bäume anfangen Das werde ich gleich merken Ja, aber mit Bäumen hatte ich jetzt noch nicht so ein Problem tatsächlich Wie spürst du dann schon? Ja ich glaube auch Ich glaube das könnte ich gleich echt spüren Ja, wenn es knallt noch einen Meter Mal eben so einmal kurz den Klassiker abzuweisen Ich glaube das da oben könnte eine Wolke sein Könnte sein Ich bin mir da noch nicht so sicher Ich bin noch nicht so weit in der Schule Meine Taschenlampe bringt hier oben auch sehr viel Problem ist, ich muss mich zwischen ähm Licht und Härte entscheiden Ja Was für Licht und dein Feuerzeug oder? Ja Wodurch brenne ich übrigens Das ergibt keinen Sinn Und hör mal bitte auf zu brennen Dankeschön Also ich bin gleich zuhause Ja ich bin fast bei einem Gleiter Ja Da muss ich ja zum Glück nur noch eine halbe Stunde warten Nee Wenn du knallt noch mehr Mhm Genau so Globi Mann ich lall doch nicht Jetzt hör auf mir das mit einzureden So, du hast noch 10 Minuten Ja Ich bin nur auf dem Beige Ah ich muss ein bisschen links drehen Da ist unser Haus Wie hab ich das jetzt geschafft? Wie komm ich das jetzt einfach? Ja Kann ich hier irgendwie Ja, perfekte Landung würde ich sagen Ich kann ja die Tür vorne abschließen Hallo Ist bestimmt Calvin der da jetzt gegen gerannt ist Hilfe, das wird toll Oh Endlich Heimat Oh Ja ich saß die ganze Zeit schön vorhin vorm Kabin Und dann Du fährst auf einmal unten in den Bunker Warum denn? Sie sind meine Freunde Das ist mein Leben Und das ist Dana Paul Ja weil die Story da weiter ging Was soll ich machen? Für Story Wen interessiert die Story Wenn ich jetzt gleich wieder sterbe Weil da sind Füße Menschen Ich bin immer noch zu jung zum sterben Bin immer noch zu jung zum sterben Warte, warum glaubst du das weil da ein Abend und nach mich schläfst? Äh Da Oh das ist ein Hermidis Und dann stelle ich vor Ich hätte einen Gleiter Weil Schmerz So Äh Ah, dann kann ich das so dazulegen Ich bin eigentlich nicht so ein riesen Fan davon Aber Sag ihnen der Name Ibuprofen etwas Aber die nehm ich aber mal wieder mit Die brauche ich sowieso andauernd Das kann ich da draufschmeißen Schmeißen Mh Mh Okay Ja gut Schmerzmittelhelf nicht Das ist ähm So Kann ich die da draufschmeißen Schwierig Ey, hier ist ein Gleiter Ich glaub das ist Ah, das ist das Auto mit dem du hier grad eben warst Jaha, ich bin endlich in der Luft Jaha, ich bin endlich in der Luft Ich kann die hier eigentlich einpacken Kann sich nun nicht mehr so lange dauern Zehn Minuten Da unten ist wieder so ne Signalfucker Ich hab das Gefühl da ist wieder irgendein Mensch der krepiert Der ist mir egal jetzt Keine Zeit mehr Ich land auch nicht So ist es nicht Der soll krepieren Ich glaub der krepiert auch immer noch dann, wenn ich da bin Oder wenn wieder Angst Der wartet Ja, der wartet mit dem sterben Aber hey, ich durchlebe das jetzt, dann hab ich Mittwoch Ruhe Sehr gut Bye Bye, wieso? Ach, noch nicht Ach guck mal, ich kann Geld verbrennen Ich verbrenne Geld Und Zwilling Wolltest du mir nochmal sagen, dass ich wirklich gerade Oder dass ich wirklich Ich gerade die Mehrheit unserer Gehirnzellen habe? Ich glaube nicht Das kann ich nicht zur Hecke stüggeln Das kann ich nicht Das kann ich nicht So Gott, bin ich dämlich ey Okay Du machst ein sehr schönes Feuerchen Warum Warum Kann ich das dir halt draufschmeißen? Warum kommen die Bäume auf einmal näher? Ja Also ich habe das auch geschafft, ne? Schränke ich an Ja, ja, ich weiß, aber du wirst nicht tiefer geflogen sein, um Schwung aufzubauen Ne, weil es unnötig war Also So Liegst dann schneller Ja, aber Ich bin so problemlos drübergegleitet Ja Tue ich auch Ich streife so ein bisschen den Baumwipfel, aber Das geht Die haben keine Kollision Also jetzt mal Ich lall doch nicht So Ja Mann, Zwilling, bitte hör auf mich zu verunsicher an Doch, tust du Lallig, Paddy Ich ignoriere das Ganze gerade so ein bisschen Es wiederholt sich gerade ein bisschen oft Ich bin... hä? So Zwilling, ich glaube der Schmerz Wieso kann ich da jetzt keiner reinschmeißen? Der Schmerz tut ja auch deinen Ohren einfach nicht gut Wieso kann ich da jetzt... hä? Wohin ging das? Warum geht das nicht? Wow, jetzt zur prima Landung ansetzen Oh, ich sehe ein P Ey, das ist tatsächlich smart Zum Landen einfach G drücken Also dann hat man auch Dann kann es auch passieren, dass dass der Gleiter einfach sonst wo hinfliegt Aber wenn man die Fläche dazu hat, dann kann man das schuhen So Speichern Moment Lass mich, ich bin froh wenn ich atmen kann Ja, dann unterstell mir doch mal bitte nicht, dass ich lalle Mann Das macht den Kamin gleich viel schöner Warte, speichern Warte, speichern Endlich Das ist eine bessere Option Ich habe ein Sofa gebraucht für den Ich weiß Ich weiß, es tut weh, aber du musst nicht auf den Boden Also Ja Ups Lass uns den beim nächsten Mal einfach abmurksen Das ist besser für uns Wir könnten seinen Kopf hier neben dran hängen Jaaaa Gute Idee Mal Super Nach So, ich verabschiede mir jetzt Musik Oder ich muss ins Bett Sonst wird das morgen früh mit dem Stream nix